Musik So, hatten wir noch irgendwas hier drin? Ne, ne? Wir waren hier drin, waren wir durch, oder? Ja, wir hatten alle Schätze und so. Oh, warte mal. Dann nehmen wir alles mit hier. So, ähm... Nein, runter. Okay, was haben wir hier? Kopfgeld für spartanische Soldaten. Nehmen wir mit. Ach, das war dieses Ding. Ja, genau. Wo wir eben schon mit Köros gesehen hatten. Bahn versteckelt. Das sollte ich mir mal ansehen. Sieh einfach weiter und stell keinen von sich an. Ich weh alles, was du tust. Schauf mir, du willst überhaupt nicht hier sein. Da ist irgendwas, ey. Hm, hm, hm. Hier ist dein Sperrgebiet. Freu dich. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Ich werde die Ursache finden. Ja, dann kommen wir hier. Oh, gut, 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 gut. Ach so, bevor ich es vergesse, müssen wir ganz schnell wieder ein paar Pfeile herstellen. Ja, müssen wir mal wieder in unser Elementar stellen wir doch den Rücken zu, die zwei, oder? Ne. Wirklich. Ach, Quatsch. Nichts hast du gesehen. Genau, sitz ich wieder hin. Hier beim Pissen schön. Zap. Ja gut, die zwei müssen wir jetzt, äh. Komm, einen kriegen wir noch. Den anderen machen wir dann so platt. Hey. Da tritt keine Lady. Du Penner. Was ist denn jetzt davon? Wer Frauen tritt, kriegt auf die Nase. So, haben wir hier noch ein bisschen was zum Looten. Ja. Ja. Muss ich sogar noch abfackeln, glaube ich, gell? Hopp. Sehr schön. Nervöse Kunden. Arbeitsunfall. Ja, was hier alles gibt, eh. Das sind immer diese, äh, na komm, sag schnell, Tagesaufgaben. Wir gucken uns jetzt noch das Ding an und dann gehen wir, äh, in Geister, überbringen wir die Vorräte, ja. Genau. Was haben wir hier für ein Level? 15, empfohlen die Stufe. Verteidigungsarmee für den Staat, äh, was? Schließe dich Athen an. In Statt Volk ist du verteidigend für die Unterstützung bei der Sicherung des Gebietes, erhältst du einen epischen Ausrichtungsgegenstand. Ja, wir gehen hier hin, dann hier hin, dann da hin. Hauptort von Delphi, der waren wir aber schon mal, oder? Dann hier hin. Dann holen wir uns hier den Reisepunkt noch. Was haben wir hier noch? Einfallende Armee aus der Stadt Locris. Okay. Alter Schwede, okay. Äh, wir machen das so. Wir gehen erst hier hin. Oh, warte mal. Hier ist ein Schmied. Sonst weiß ich, einen Schmied brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Wir verkaufen ja nichts. Gucken wir erstmal durchs Inventar. Oh. Was sehen meine entzückenden Augen? Wir können zwei Waffen anlegen. Wir hatten doch irgendwo noch eine... Ja. Hopp. Hättet ihr mich kaputt machen können. Hopp. Hopp. So, jetzt können wir nämlich Waffen wechseln. Und das geht wie? Oh, die ist das hier. Die gesperrte freigeschaltete Karolen. War ich ja mal gerade schnell. Level 15 Bogen. Perfekt. Und jetzt werden wir alle den Krempel hier wieder platt machen. So. Noch ein bisschen was bekommen. Oh, wie geht's das? Oh. 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 äh am schienen alter unsere sind halt auch Level 9 aufheben tun wir es auf jeden Fall glaube ich haben sieben Prozent das ist gar nicht schlecht normal warte wenn ich irgendwas falsch mache ja so dann Bruce und da drück ich hin haben wir Level 11 wir haben sogar Level 14 was war gut retten Level 10 wir haben welche mit Level 14 Stabschaden Attentatschaden Stabschaden ich benutze kein Stab Kriegerschaden Vergiftungsdauer Kriegerschaden Speerschaden Speerschaden wird mir schon mehr bringen aber ja komm was solls was solls so okay das haben wir dann gehen wir jetzt doch mal kurz zum Schmied mal weil wir haben auch wieder ein bisschen Kohle wo waren wir jetzt nochmal auf der Karte da irgendwo da ist er doch mal ob wir hier was verbessern können zum Beispiel meine Schwerter auf Stufe 15 die sind wir gerade geworden 141 3.000 äh 200 18 141 ja das haben wir auf jeden Fall ähm 42 von diesen ja das haben wir auch ja komm wir hauen die mal hoch jetzt wo sind sie jetzt achso ich kann sie nur die können wir noch nicht verbessern meine Handschuhe 95 davon ist okay 189 Fälle ist auch okay 28 davon wäre auch okay also Waffe ja aber best was kann ich denn hier machen 10% Attentats Schaden drauf also 79 achso statt den Feuerschaden mhm ja komm ganz geil gut ich würde sagen dabei belassen wir es auch immer gern oh man ich werde schon wieder müde was ist jetzt Level 15 mach auch ey okay du brennst oder Fini geh mal weg pass mal auf was ich mit dir mache mein Freund Ziel auch 3 Store in und 2 2 2 3 2 Geht bloß weg. Oh, hier ist die Kiste. Ah, jetzt hat er mich wieder gesehen. Halt die Fresse. Oh, ich bin hier. Die wird nicht gedreht, kann ich ja auch. Böde, Mann. Böde, Mann. Weg mit dir, blöd Mann. Hetzt mich hier von der Arbeit ab, Mann. Wie die neuen Söldner entdeckt. Rennt hier jetzt schon wieder einer rum, oder was? Wollt die mich alle verkackt eiern? Lass mich doch mal meine Pests machen jetzt. Lass mich doch mal meine Pests machen. So, was haben wir hier? Alter. Kleines Ding, aber... Ja, wie? Zwei Bosse, eine Handlanger... Ne, zwei Handlanger, okay. Nö. Äh, nö. Ich sehe mal nach, was da los ist. Mhm, komm mal gucken. Ist witzig. Schau mal. Ne, guck ich nicht. Ganz sicher sogar. Hm. Hm. Ja. 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 Alter. Wir halten nichts aus, aber mit ihren Scheiß-Kackpfeilen können die einem ganz schön auf den Sack gehen. Ja. Okay, ich sollte mich verpüßen. Ja, nein. Äh, letzter Sprecherstand. Gut, wir sind jetzt auch schon lang nicht mehr gestorben. Aber das machen wir auf jeden Fall nochmal. Machen wir platt. So, warte mal, wo sind wir jetzt hier? Hä? Hä? Ah, ja. Ich bin genau vom Lager. Perfekt. So, das waren zwei Handlanger, zwei Bosse. Wo ist der zweite Boss? Da habe ich den schon gemurkst und erzählt nicht mehr. Jetzt sind sie auf einmal drei Handlanger. Okay, aber ein Bosse ist der zweite Boss. Das ist uns scheint schon weg. Naja, gut. Ich bin's. Komm doch mal gucken. Wie kommt die jetzt? Wie kommt die jetzt? Wer ist denn das? Der heilige Geist. Komm doch mal gucken. Die haben nicht viel HP, aber dadurch, dass die scheiß Brandfallen schießen. Die nehmen wir ganz schnell auf den Keks. Okay. Oh, zu viel ist gut. Oh. Ich bin's. Jetzt kommt doch mal her. ähm, das hast du gut erkannt so das wird nur noch die Olle so, dann komm ich wieder mal auch platt und dann haben wir's ja schon oder muss ich hier irgendwie was machen so aufheben oder irgendwie tot bestätigen oder so immer nicht gut warum nicht gleich so So, jetzt wollten wir hier rüber. Was ist denn das jetzt schon wieder? Unentdeckte Anführer. Alter, Alter, diese Karte. Macht mich schier wahnsinnig. Lander, komm. Lander, Alter. Ja. Da, was ist eigentlich da rüber? Da schwimmen... Da schwimmt. Ja. Bitteschön, dein Pech. Ein Jäger sagte, dass du darauf wartest. Mein Dank ist dir gewiss. Hier, das ist für dich. Was gibt's? 177 Grafwand und Olivenholz. Olivenholz können wir immer gebrauchen. Nicey. So, jetzt wollten wir weiter hoch, aber ich glaube, ich geh erstmal gucken, was dieser unentdeckte Anführer hier ist. Da reiten wir aber hin. Was tut du? Ja. Und weiter. Oh, warte mal, hier ist auch noch Holz. Was? 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 Oh. Ah, da guckst du, hä? Oh, wow. Ah, was? Oh. Oh. jetzt haben wir aber auch ein heftiges Kopfgeld auf uns da kommt schon der erste der mit 13 der hat einfach einen Löwen dabei wie alt ist das denn? gucken da kommen noch mehr jetzt wird's blöd die haben ja wohl einen Arsch auf komm hier mit 4 Mann der Löwe war alleine oder was? na dann ja Level 18 ja genau hier dreht ja vollkommen durch kommen die noch? so warte mal ich geh mal ganz kurz hier drauf den haben wir hier ja ja die schimmernde Alektor der ausgedörte den hätten wir packen können extra das Eisenkind ne Level 16 hätten wir vielleicht auch mit ein bisschen Mio Not und Daniel der Taktiker ja ok ok naja gut ne aber das ist mir also 4 Mann also 4 Mann ist ein bisschen arg arg blöd hier äh was wollten wir eigentlich gerade achso wir haben ja diesen Typen da gekillt genau dann wollten wir hierhin glaub ich ja hierhin also sind wir ja gar nicht mal so falsch ich habe noch nie so viele Olivenbäume gesehen na schön was ist das blaue jetzt da naja was ist das blaue jetzt wir holen uns erstmal schnell hier den Turm äh den Synchronpunkt meine ich Tempel der Artemis wo hier oben auf geht's klettern hop 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 oh hop 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 und los ist so spektakulär hier und ist auch düster schon nicht so viel Alter, da ist doch schon wieder so ein Kasper Untertitelung des ZDF, 2020